So, Mario kommt jetzt eigentlich direkt hier hoch. Ich hab grad mit ihm telefoniert. Ich war noch nicht da drüben, aber ich war schon woanders. Es wird auch nicht viel anders sein, außer langer Flug und Riesenstart. Ja, ich bin gespannt. Da unten kommt die Karre. Junge, mach die Kamera weg. Junge, das muss sein. Moin, Junge! Alles fit? Nee. Los geht's, oder? Siehst du aus, Junge? Siehst du aus? Yes! Auf geht's! So, jetzt packen wir jetzt noch die Sachen. Komm! Aufs Dach, ey! Oh, oh! Ah! Mein Arm guckt raus! Erstes Malheur. Das hört richtig durch. Moin, grüß, Junge! Da bist du! Ja, willkommen! So, alle fett, Jungs! Da haben wir mit meiner Mutter mal zusammengearbeitet. Freunde, seht ihr da irgendwas? Nee! Gar nicht! So, gleich geht's, meine Leute! Wenn wir in Frankfurt kommen! Ah! Und wo morgens? Und Mario, wie fühlst du dich, Mann? Müde! Müde, aber happy! Wir haben's geschafft, oder? Müde, aber nicht happy! Dafür nicht happy! Ah, man! Du skimmst vorne! Ja! 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 Sag mal was dazu! Also... Ich hab jetzt schon Angst... Hih! Der Chris hat ihr noch mit das Gepäck! Ne, ich muss doch mein... um zu müssen. Thanks! Because of the backpack usw. Paris? Oh! Yo, we are now in Amsterdam and Mario is behind me. Come on! So, I would say in that direction or would you rather say in that direction? In which direction? Okay, let's try it guys. We are running all the way up but come on, we will try it again. So, in which direction do you have to go? The other one. The other one. The number is not in the number with the number. Look, they are all in there. Hey guys, we are landing. Mario, how are you? Good. How was the flight? It was difficult. It was really cool. It was really cool. It went smoothly. It worked really hard. I thought for 10 hours, it was already a big style. A few turbulences, but ready. Easy. It's very exciting. First of all, let's go to our car. and then we are in the direction of our car. Yes! Wow! USA! Yeah, that's the most. That's the most. Everything worked well. Except that a beauty by the damn is not an address. But if you look at the Airbnb in Malibu, we'll talk about that. We'll talk about that. Now it's going on, right? Hey, I'm going to sit down. What? If I sit down in the bed, maybe I'm going to cross. Yeah, I'm too. Yeah, I'm too. Yeah, the equipment. Yeah, the equipment. The equipment is so hard. Yeah, the guy. Do your best. Get your rest. Pass the test. Because you are blessed. Haha, okay. Der Aaron ist ein richtig geiler Kerl. Ich hoffe, dass ich jetzt echt keine Scherben aufsamen muss. Jetzt ist leicht alcohol. Wir spielen. Hier wird es die Kreuz sting. Statt ist unser Stumpf. Forscher峰. Der análere Kreuz stosern und Stamm. Wo BTS. Der reicht等s, wir müssen befinden sie hin und erinnern! Not namens die hoch! Warne Fe рес colabor? Melodie, please take me on, please don't wait too long, I don't know what you're saying, I'm making more. Das ist der härteste Tag in den letzten drei Wochen vorhin. Hi. Anstrengend ey. So ein anstrengender Tag. Es ist jetzt 8 Uhr Ortszeit hier. Jetzt bin wir 40 Stunden auf den Beinen und jetzt... Fini, du wirst jetzt nicht mehr schlafen gehen. Bis morgen, Mann. Gute Nacht. Because you are blessed. Because you are blessed.